Wir spielen einmal Lügen und zweimal Wahrheit. Der erste Fact ist, bei dem Film Madagaskar spreche ich den Pinguin Skipper. Ja, ich glaube, das ist keine Lüge. Nummer zwei, ich habe Anfang der 2000er Jahre einen Pilotenschein gemacht. Das ist auch keine Lüge. Und das dritte ist, bei unserem ersten Konzert wurde uns die Konzertklasse geklaut. Ich würde sagen, das ist die Lüge. Ja, das stimmt. Ich habe in Madagaskar gesprochen, aber nicht Skipper. Oh nein, das ist wieder so eine Funfrage. Die haben gedacht, Frau Ludwig, für dich machen wir es besonders schwer. Jetzt ich. Es geht los. Erstens, ich ekel mich total vor Spinnen. Zweitens, ich habe damals eine Ausbildung in der Fleischerei meiner Eltern gemacht. Drittens, bei einem Interview bin ich mal im Gehen hingefallen. Ja, im Sitzen hingefallen geht ja auch nicht, oder? Ja, ich glaube, die Fleischerei ist die Lüge. Warum? Du hast erzählt, dass die BWL dir gefallen hat. Du hast einfach richtig gut aufgepasst. Ich habe einfach Wikipedia gelesen vorher. Also, richtig, du hast gewonnen. So Freunde, und wenn noch mehr Frauke Ludwig und Smudo Ludwig Battles sehen möchtet, mit dir schaltet ein, RTL Donnerstag, blamieren oder kassieren.